Was sagt er? Irgendwas mit Keppel habe ich verstanden. Ja, Keppel habe ich auch verstanden. Habt der Keppel Glück gehabt oder habt ihr mit Spionen spielen? Der Keppel ist bei uns? Ja. Nein, wir spielen. Spielen wir mit Spionen? Nein, ohne Spione. So eine Spione. Dass du wohl für die spielst und für Stefan und für uns. Und dann kann man ja... Also guck mal der Radar. Und ist ja da einer oben? Über dir? Ja, über mir ist er. Unter mir eigentlich. Der ist über dir. Definitiv. Ja. Er ist immer draußen. Mit der Mitte scheinbar, ja. Mit der Mitte. Ja. Mit der Mitte. 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 Ok. Hochmitte. Springen und schlagen. Was? Springen und schlagen? Jetzt ist er oben. Das musst du machen, bevor er auch kommt. Ok. Kommt er davon oben? Hochüber. Kommt runter bei der Pistole. Was gibt's mehr? Löst. Hier ist die Lieferd. Ich schätze mal Schwerzeiten. Schwerzeiten? Was? Hä? Wo kommt man da? Da ist er der Echte hergekommen. Achtung oben. Zwei. Ja. Oben, oder? Ist das klar? Ja. Ja. Habe ich. Gut. Ah, ist die Lieferd. Da ist er ja. Da oben mit dir da einer. Achtung oben. Ja. Ja. Achtung oben. Achtung oben. Achtung oben oben. Wenn. Komm. Komm. So, ich höre nicht mehr auf, ich höre nicht. Alles geliefert. So. So. Wo kommen denn da nicht mehr hier? Simon hat 14 Kills, warum hat Simon schon 14 Kills von uns? Nee, in Running Ryan. Aus, ausgebobben. Das geliefert. Ja. Oben bitte. Geh unten bitte. Vorsicht. Ich hole ein Schwert. Okay. Ah, ich schreibe voll Schwert. Ich hatte mich direkt, als ich selbst geniebt bin. Und schwer runter, Karot. Oh, Oben bitte. Der der Wack, Verspiel. Und jetzt haben wir es noch mal. Das ist doch gut. Das letzte Mal. Die Vraue. Jetzt kommt das wieder mit Anbieter. Der euch mal, wenn ich hier noch nie kann. Der euch alles mehr an. Der euch nicht mehr an. Der euch mal an. Der euch noch an. Bei mir, alle drei. Und jetzt einer tot. Und Mitte ist einer. Entschuldigung. Das ist nicht mehr lustig. Nach der Seite. Prost. Hinter uns, Mann. Scheiße. Oh Mann, da kann man ja gar nicht noch unterschweifen. Gehen unten. Gehen unten. Gehen unten. Ne, du wirst zum Teufel. Anderer Turm oben. Anderer Turm oben. Musst du da hinlaufen jetzt. Oben ist einer. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Und jetzt. In der Mitte ist einer! Ach das ist wirklich ein Bremssch. Wir haben so ein bisschen, deswegen ist es geil, glaube ich. Und ich rüchte nicht zu, sondern so. Das hier unten drin beide. zu früh linker Turn mit der Walschie gleich ein snapper Turn mit der Walschie mit der Walschie Das ist ein Rund-Unsin-Kuhl. Boah, das ist ein Rund-Unsin-Kuhl. Auch zu Boden 2. Das ist ein Rund-Unsin-Kuhl. Der kommt noch nicht schneller zurück. Der ist noch nicht schneller. Leider zu Rund-Unsin. Kommt die vielleicht gleich schießen, verdammt. Andert hoch. Guck mit der Eierlande. Ja. So, wie geht der Eierlande? Ja. So, die Dürfen. So, die Dürfen. So, die Dürfen. So, die Dürfen. Und die Mitte. So, die Dürfen. Oh, Mann. Achtung, auf die Dürfen. Beide. 2. Einer tot. Aufgelauert. Oben ist er. Hier ist er. Will ich nicht drauf. Ich glaub, der ist schon rot. Ah, da ist er. Witzaböcker. Der fällt schon nicht mehr, oder? Rot ist doch. Ich probier mal eine Schmuck. Ah, da kommt der Alter! Du HALDU! Du hast wohl ein Handicap reint, Simon. Das war nicht so das Problem. Das Problem war, dass man nie irgendwer eine Waffe gekriegt hat. Ja, die Waffen waren knapp. Die waren knapp und man hat sich eigentlich noch mal ausgeheißigt von anderen bedienen. Wenn wir uns selbst wohnen werden, können wir gerne mal... Achso, dann werden wir im Ralko-Geschäfts gewissen haben. Was? Im Ralko-Geschäfts gewissen haben. Ist das Wurscht oder Exakt?